2. Tag der 1. Internationalen Essener Stadtmeisterschaft am 5. Mai 2002. 2. Essener Stadtmeister wurde Selkuk Erkan WBC Duisburg. 3. Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann, Vereinsmitglied. 4. Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann, Vereinsmitglied. 5. Essener Stadtmeister wurde Hamza Tuba Boxring Neuss. Dies ist nicht der Sieger. 6. Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann, Vereinsmitglied. 7. Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann, Vereinsmitglied. 9. Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann, Vereinsmitglied. 10. Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann, Vereinsmitglied. 11. Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann, Vereinsmitglied. 11. Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann, Vereinsmitglied. 11. Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann, Vereinsmitglied. Essener Stadtmeister wurde Arthur Gorzika, Boxfreunde Bottrop Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann, Vereinsmitglied Hier mit dem Ringrichter Norbert Fahrich Essener Stadtmeister wurde Amit Keskinell, Boxfreunde Bottrop Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann, Vereinsmitglied Essener Stadtmeister wurde Igor Scholga, ASV Wuppertal Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann, Vereinsmitglied Hier mit seinem Trainer Geri Schwarzkopf Der Protokolltisch Bernd Franzen, Bernhard Kodowski, Renate Esser, Hans Westerfeld Der Trainer des Vereins, Franz Stahlschmidt, im Gespräch mit dem Sponsor Werner Schäfer mit unserem Sponsor, Bernhard Ritter von Radeck Von links Karl-Heinz Wolf, Geschäftsführer Bernhard Ritter von Radeck, Peter Hoffmann, Schatzmeister Und Franz Stahlschmidt, Vorsitzender und Trainer des Vereins Hier das Arbeitsteam des Sportclub Vogelheim Die drei vom Buffet Sandro Zenker vom Sportclub Vogelheim mit der Trainerin Ines Rosche rechts Und Franz Stahlschmidt Hier in der Ringecke vor dem Kampf Der Gegner ist Werner Hügel, ABC Homberg Der Ringrichter Klaus Beckmann Der Ringrichter Klaus Beckmann Sandro Zenker wird er gleich in der ersten Runde angezählt Auch in der zweiten Runde wird Sandro Zenker angezählt Essener Stadtmeister wird Werner Hügel, ABC Homberg Patrick Korte wird von Trainer Franz Stahlschmidt vorbereitet für seinen Kampf Sein Gegner Celgim Ghazi vom WBC Duisburg Ringrichter Werner Schäfer Essener Stadtmeister wird Celgim Ghazi, WBC Duisburg Abbruch in der ersten Runde durch den Ringarzt Die Sportfunktionäre verlassen die Veranstaltung Die Dreiergruppe Bernd Franzen, Hermann Esser und Manfred Schmieler Ganz rechts Werner Schäfer, siebenfacher deutscher Meister Hier noch einmal die Zusammenstellung der Essener Stadtmeister und die Sponsoren Die Dreiergruppe Bernd Franzen, Hermann Schäfer, siebenfacher , die Dreiergruppe Oberle . 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020